Die britische Fluggesellschaft Flybee hat ihren Betrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt. Die Airline war ohnehin schon angeschlagen, hätte beinahe bereits im Januar aufgegeben, jetzt also das Aus. Und Mitschuld daran ist die gesunkene Nachfrage wegen des Coronavirus. Flybee rief alle Kunden dazu auf, gar nicht erst zum Flughafen zu fahren. Man könne ohnehin keine Alternativflüge anbieten. Das Verkehrsministerium versprach, mit Flughafenbetreibern nach Lösungen zu suchen. Verkehrsminister Scheps sagte, Wir sind alle am Boden zerstört. Flybee gehörte einfach dazu. Die Menschen sind seit 40 Jahren damit geflogen und wir haben zum Jahreswechsel wirklich alles getan, was wir konnten. Leider war das angesichts der Lage um das Coronavirus und der ohnehin angeschlagenen Fluggesellschaft nicht genug, um zu überleben. Konkurrenten wie EasyJet oder Ryanair kündigten angestrandeten Flybee-Passagieren billigere Tickets anzubieten.